Hansi Hinterseer, Fritz Strobl und viele Prominentionär kamen zum sensationellen WM-Golf-Turnier in Schladming. Das Organisationskomitee der FIS-Alpinen-Ski-WM 2013 lud dazu ein. Vor dem Golfturnier wurde beim ersten Abschlagversuch ein Vorgeschmack auf den Winter gegeben. Beim geselligen Beisammensein waren auch zahlreiche ÖSV-Ski-Stars wie Klaus Kröll, Mike Tritscher, Hans Knaus oder Mario Reiter vertreten. Also ich habe mir das WM-Finale, also das Weltcup-Finale vom letzten Winter live gegeben. Ich würde mir 14 Tage ein Wetter wünschen, Top-Pistenverhältnisse und alles andere müssen die Athleten machen. Also ich sage, wenn das Wetter mitspielt, dann haben wir zu 99% faire Bedingungen und alles andere wird sportlich ausgetragen. Wir machen einen gemütlichen Abend, unterhalten uns ganz gut und bereiten uns vor, dann auf das Golfturnier morgen. Was wir heute immer wieder besprechen sollen, ist, ihr alle sollt Spaß haben. Ich glaube, das ist das Entscheidende, ein bisschen Netzwerk, ein bisschen Plaudern, einfach Spaß zu haben. Kulinarisch wurde der stimmungsvolle Abend von traditionellen steirischen Schmankerlen begleitet. Und dass ich jetzt in meiner Heimat wieder eine Weltmeisterschaft erleben darf, ist natürlich ein Traum. Lieber wäre es mir gewesen, noch früher als aktiver. Aber es ist auch so ein Wahnsinn, das Ganze mitzuerleben, was dahintersteckt. Und mittlerweile kann ich auch doch ein bisschen mehr darüber sagen und berichten, wie es ist, wenn du jetzt nicht mehr Läufer bist, sondern zu einem Teil zu den Medien gehörst. Weil es gehört einfach ein bisschen mehr dazu, als wie nur da schnell über den Berg runterfahren. Es ist eigentlich ein Wahnsinn, was dahintersteckt, dass so eine Schiebe heutzutage über die Bühne geht. Ich kann das sagen, weil ich lebe da. Man darf nicht vergessen, das ist etwas für die Zukunft, was da gemacht worden ist. Und von dem her, die Einheimischen, die sind einfach mittlerweile wahnsinnig froh, wenn das jetzt endlich losgeht und über die Bühne geht, von dem, was wir schon so lange reden und eigentlich die ganze Energie mehr hat. Schlafen in 2013, wir sind dabei! Wir sind gerade zurückgekommen vom Sommertraining Neuseeland. Die ganze Weltcup-Gruppe da gewesen, eine super Sache gewesen. Gott sei Dank, alles wohl auf, alles fit. Und es ist schön, wieder einmal in Schladming da zu sein, weil 4. bis 17. Februar, WM, Heim-WM in Schladming. Und wir freuen uns alle drauf. Ja, mir gefällt es selber gut. Bei mir ist Schladming eigentlich in meiner Karriere ein ganz wichtiger Teil gewesen, weil ich da, wie es damals den ersten Weltcup-Rennen gehabt habe, habe ich den Schladung gemacht damals. Und nachher beim Musikantenstadl, meine Sangskarriere in Schladming, also habe ich eigentlich eine ganz gute Beziehung und ich fühle mich wohl da, ich bin gerne da und ich freue mich schon auf die Weltmeisterschaft. Ja, ich brauche mich nicht so vorbereiten wie die Mänder. Gott sei Dank, ich bin ja da vorbei. Aber dann lebt man natürlich mit und hoffen mir, dass alles gut geht, ist eh klar. Und ich werde mir das ein bisschen in Ruhe anschauen. Ich bin mir sicher, das ist eine bärige Sache. Das wird ganz bärig und eine nette Geschichte. Tolle Stimmung, sportlicher Ehrgeiz und der erste Schnee auf der Schafallen wecken die Lust auf eine herzliche Ski-WM. Ja, Leute, wir haben einen schönen Tag gehabt heute. Mehr oder weniger, glaube ich, für viele. Es ist eine bärige Sache gewesen. Aber es ist ja nicht der Sinn und Zweck, dass man da unbedingt dabei sein muss. Wir sind gerne dabei gewesen, weil es eine schöne Sache ist. Aber vom 4. bis 17. Februar, das ist wichtig, dass da ihr dabei seid, weil da wird man es geschafft in Schladming. Also, bis bald.